Ich freue mich sehr, Kevin Mbabu ist da, unser erster Neuzugang für den Sommer. Kevin, herzlich willkommen in Wolfsburg. Was sind so deine ersten Eindrücke hier in deinem neuen Wohnzimmer ab Sommer? Ich bin sehr froh, heute hier zu sein, um diesen großen Klub zu signieren. Meine erste Impression war, dass es diesen großen Pisch gibt, denn das Pisch ist großartig. Ich bin sehr froh, hier zu sein, weil Wolfsburg ein sehr guter Klub ist. Ich bin sehr froh, dass Wolfsburg ein sehr guter Klub ist. Ich hoffe, Wolfsburg wird mir helfen, diese Klub zu erreichen. Wir haben schon zwei Schweizer in der Mannschaft. Du bist auch Schweizer, Renato und Admir Mehmedi. Kennst du die beiden? Hast du mit denen vorher schon mal gesprochen? Ja, ich kenne ihn mehr an mir, weil ich ihn ein paar Mal mit dem Nationalteam gesehen habe. Stefan Nur nur einmal. Ich habe auch mit Rodríguez über den Klub gesprochen. Ich habe auch sehr gutes Feedback. Das ist auch das, warum ich hier bin. Ich habe auch gute Feedback von den beiden Spielerinnen und Kapitän Guilabogi. Was denkst du über die Bundesliga? Ist das so der nächste Karriereschritt für dich? Ja, ich denke, das ist der perfekte Schritt für mich. Es ist eine große Liga mit einer großen, großen Kompitierten. Man kann sehen, dass die Teams immer geschlossen sind. Man gewinnt ein Spiel, man gewinnt drei Plätze. Man verliert ein Spiel, man verliert drei Plätze. Man verliert drei Plätze. Es ist eine große Kompitierung. Und ich denke, das ist das, was ich verbessern muss. Ich muss auch in vollen Stadien spielen, jeden Wochenende spielen. Das ist auch etwas, worauf ich spielen möchte. Jetzt wollen wir gerne dich noch ein bisschen kennenlernen. Was für ein Typ bist du auch abseits des Platzes? Lachst du gerne? Was ist dir wichtig? Family? Oder was machst du außerhalb des Platzes? Ich bin sehr quiet. Ich bin sehr quiet. Ich bin immer in einem guten Mood. Ich bin wirklich ein Familienmitglied. Ich mache immer alles für meine Familie. Ich mache immer alles für meine Familie. Ich mache immer auf dem Platz. Ich bin sehr aggressiv, powerfull. Ich bin immer für meine Team. Ich bin ein Team-Spieler. Ich mache immer das Team vor mir. Und was sind deine Ziele mit dem VfL Wolfsburg ab Sommer? Erstens ist es, wie man sagt, es ist gut in einem Team. Es ist in Kontakt mit allen Teammitgliedern. Es ist in Kontakt mit allen Teammitgliedern. Es gibt neue Links mit den Spielern. Und natürlich haben wir alle die Ziele, die Europäische Wettbewerbs zu kommen. Ich hoffe, sie können diese Saison für die Europa League qualifizieren. Und natürlich wollen wir für die nächste Saison zurück in die Champions League. Herzlichen Dank dir. Einen guten Start. Wir freuen uns auf den Sommer. Und danke für deine Zeit. Merci beaucoup. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.